Ich muss mir jetzt Kondome kaufen. Wir sind Hero und wir rufen jetzt 24Tim an mit unserem neuen Song Garnix. Mal gucken, ob er es checkt. Ähm, ja, hallo? Äh! Wie bitte? Was machen wir heute? Ähm, ich bin ja gerade bei dm an der Kasse. Warte mal ganz kurz. Was sagst du? Wie wär's mit Garnix? Der ist total gestört. Heiko, ich höre dich richtig schlecht. Ich höre irgendwie... Hast du irgendwas gemacht? Garnix! Hast du... Hör mal. Sag noch mal. Und ey! Nee, ich befehle jemanden. Wovon ich träume! Heiko, ich stehe hier gerade an der Kasse und ehrlich gesagt wollte ich mir jetzt Kondome kaufen. Bitte melde dich danach. Ja, ich will jetzt Kondome. Ich träume von Garnix! Ja! Tim, du bist der Wester. Ich komme weiter auf seine Partys.